Hallo und Hedge, ich komme wieder zurück bei Here they lie. Bei Besten Origami der Welt. Vielleicht doch nicht, vielleicht doch, man weiß noch nicht. Ich fieche mich richtig abfucken. Ja moin, erst eins gesehen, richtig abgefuckt hat. Zwei. Uh, drei. Ich will ja einfach nur lang, aber ich komme ja da nicht lang. Ja, geh doch da lang. Bin ich tot. Also, das geht ja wieder nach hinten, das Vieh. Die ist durch hin. Ich nicht da. Das geht da nicht rechts rum. Das gelaufen hier noch, da ist es gerade unten. Kannst du hier hingehen. Rechts, da kommst du durch. Also bis hier war ich halt auch. Ja, aber ich jetzt hingelaufen bin, gucken wollte, wie es aussieht, wenn man stirbt. Ich muss halt warten, bis es wieder hochgegangen ist. Ich glaube, hier weiß ich jetzt auch nichts mehr. Ich glaube, ich habe es geschafft, wenn ich will wissen, was da ist. Ich gehe doch rein, durch der Ställingsflächt. Ich schütze ihn direkt davor, oder? Okay, da gehe ich schon mal nicht rein. Sorry, Leute, hier muss man überleben. Da muss man auch mal Prioritäten setzen, hier. Tja. Ich weiß gar nicht, wo das war, da bin ich irgendwo durch die Treppe durchgefallen. Sonst wäre ich gestorben. Gutes Game. Ach, die Kerze. Wahrscheinlich brennt die noch, oder? Ich gehe jetzt mal auf, oder? Ja, wir gehen da hin. Ja, wir gehen da hin. Ja, wir gehen da hin. Ich gehe mal hin. OHH! 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 Ich hab grad nie hingeguckt! Und das versendet ihr jetzt! Ja, ich muss das lesen, das ist wichtig! OHH! OHH! Fohl! OHH! OHH! Junge, ich krieg dir wichtige Nachrichten! Dann hat mich das Vieh nicht zu erschrecken! Ey! Hat mich das feier! Leck mich auf Aas und krieg den Buckel weg! Wahrscheinlich runter! Machst du so runter? Ey, das hast du gar nicht verpasst! Ich hab das nur grad so! Ich hab das nur so in irgendwelchen gesehen! Ach ja! Das war wieder so viel! Aber wieder so eine Lampe, ne? Äh, wieder so eine Uhr! Mit so einem Licht drin! So ein Licht! Äh! Na aber ey, es gibt schon viele Bilder! Das ist doch schöne Bilder! Äh! Alles entwickelt sich weiter! Menschen sind da ja keine Außenländer! Wir entwickeln uns weiter und weiter! Wir müssen über die aktuelle Phase hinaus warten, oder? Ja! Die Menschheit ist... Reicht doch! Reicht doch! Naja, der Auslösung! Wirklich alle, mit denen ich rede, wissen! Keiner scheint was dagegen tun zu können! Ich akzeptiere halt, dass wir alle irgendwann sterben! Und wir sollten einfach das Beste daraus machen! Wenn man einzieht, dass Leben und Tod nur zwei Seiten bei seinen Münzen sind, muss niemand mehr Angst haben! Ja! Geht damit um! Ja, muss mal den Löffel abgeben! Ich will gar nicht, wo ich hingehen kann, wo nicht! Das weiß ich leider auch nicht! Das weiß ich leider auch nicht! Ja! Ja! Hier ist ein Viech, ich geh mal nach oben! Achso! Da wäre ich auch lang gekommen! Ahha! Sagt das erst? Dann kommt jetzt ein bisschen an, da gucken! Dann kriegelt! Ah! Achso! Na? Ich weiß nicht, was da passiert dann! was ich glaube wir hören aber was Okay, reicht's auch wieder. Da sind aber viele Leute, die durcheinander reden. Ja. Aber hier komm, ich bin noch nicht einmal gestorben. Okay, jetzt hab ich's gedacht. Ja, man, ist ja auch relativ einfach, da nicht zu sterben. Ja, okay. Vertrauenswürdige Leitung. Okay. Ah. Ah. Okay. Da stümpfen wahrscheinlich die Viecher raus. Na danke. Das stimmt da in die U-Großmutter. Was würdest du das nicht sagen? Gar nix, keine Ahnung. Was hast du mich denn jetzt gesehen? Ich weiß nicht, wie folgt ich das überhaupt. Ach. Nee. Hm? Hä? Hä? Was müssen wir doch grad gesehen haben? Ja, das kam ja auch richtig angespritzt. Der chillt doch da unten, oder? Vielleicht war ein Kredits oder so. Kann ich ja nichts aufgenommen haben für die Schaden? Ich würd's nur wissen. Bestimmt nicht. Okay. Ich hab nach dem Bordele. Was ist da runter? Das dauert doch ein bisschen bis die Ries sehen. Das dauert doch ein bisschen bis die Ries sehen. Also. Wenn da nur gut Terminkaman hin. Also. Das nehmt. Ach. Meine, die Ries sehen nicht. Du bist da runter. Du bist da runter. So, es läuft immer so ne Runde, ok, es kommt von da, geht so ne Runde. Ach so, das sind 2 wieder. Das hab ich jetzt auch erst mal so gedacht. Was ist jetzt da? Warte mal. Ich glaub das läuft schon im Kreis vielleicht, aber dass es einen oder anderen Weg hat halt. So, es läuft schon im Kreis. 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 Also, da müssen ich jetzt reinzurufen. Ne, Theopraktisch, ne? Ne, Theopraktisch. Ja, alles klar. und das soll er sich jetzt da festen tatsächlich übersehen habe aber ich wollte eigentlich und ich möchte vielleicht auch gerne spielen ohne zu schärmen sie kommen ich komme nicht erklären dass ich hier ohne irgendetwas ist hier was passiert lang gehen kann. Die Nordkennen nicht, die Nordkennen nicht. Diese da ist schon ein Vieh. Weil da ist der Ladebürger am Anfang. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, was da jetzt gebreichert. Alles andere macht keinen Sinn. Aber wir gehen auch nicht hoch. Wir gehen erstmal hier unten weg. Finden wir Batterien. Batterien? Cola Dosen, ne? Na ja. Na ja. Ist hier noch irgendwas? Oder warum ist hier Licht? So weit hast du schon gespielt? Nö. Okay. Erst wo der ist da mit dem Fernseher warm. War. Okay, gut. Das heißt, das ist noch für uns beide jetzt die Neue. Ja. Das ist wunderbar. Ja. 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 Warte dann zusammen. Warum haben Dana und du eigentlich Schluss gemacht? Ihr habt so gut zusammengepasst, weißt du? Das perfekte Paar. Ja. Ich kann sie mir mit keinem anderen vorstellen. Aber, hey. Ich meine, du warst echt gestresst damals. Hattest kaum Zeit. Glaub mir, ich weiß das. Warum passt das so? Warum passt das so? Weiß ich auch nicht. Warum passt das so? Ja. 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 Ja.